Freunde, willkommen bei einer neuen Folge von Roblox. Heute werden wir ein wenig Counter-Strike spielen. Bist du im T-Mones? Ey, du bist sogar bei... Boah, wie siehst du denn aus? Hast du einen Bart und so und Sonnenbrille. Nice. Oh, das wird lustig heute, ey. Mit Counter-Terrorists. Bei CS-Bro. Oder wie hieß das Spiel? Oh mein Gott, da war eine Bombe. Leckumio, ey. Was soll das denn? Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Oha, ich bin tot. Ich bin gefallen, ey. Killed by Chris Aga. What the fuck? Wo bist du denn, ey? Mach die fertig, mach die fertig. Nimm die Waffe auf. Du kannst die Waffe von mir aufheben, die AK. Wo ist sie? Die liebst du noch, weil sie da oben liegen noch. Nein. Ich kann ja keine Waffe aufheben, wenn ich den Gegner trinken kann. Doch, du läufst einfach drüber. Dann hast du die Aromatische mit dem Metall. Oh, die Counter-Terrorists gewinnt. Wah, du Noob, ey. Voller Hacker, ey. Richtiger Hacker, wie kann man denn Waffen kaufen? B? Ja. Guck mal, Rifles. Äh, M4. Hab ich überhaupt Geld dafür? Oh, ich hab sogar Geld. Nice. Ich hab hier jetzt M4. Wo bist du? Wir müssen ein bisschen Grüppchen machen. Komm, wir gehen mal hier, hä? Kann man irgendwie laufen? Nee. Komm hier rein. Counter-Terrorists win. Ist ja lustig, ey. Nice, hast du gesehen? Ich hab den gehatchertet. Naja, hab ich nicht gesehen. Wie geil ist dat denn? Oben rechts siehst du das? Das steht hier. Your pick. Ja, ja. Hatchert, Chris Asgard. Nice, Junge, nice. Kann man auch irgendwie Scheidern einfach drauf machen? Wie geil ist dat denn? Das ist ja richtig funny. Wo sind die Terroristen, ey? Die verstecken sich. Guck mal, da ist ne Geisel. What the fuck? Wie kann ich die Geisel befreien? Kommen sie mit. Boah, was ist das denn, dreckiger Lackern? Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Nein, ich hab den, ich hab den, Alter. Voll der dreckige Lackern, Alter. Ich hab ne Geisel mitgenommen. Oh, oh. Wo ist der Gegner, Alter? Kannst du mir nicht sagen, wo der ist. Du kannst ja rumfliegen. Draußen irgendwo. Der kämmt. Der kämmt, noch besser. Draußen, bei diesem Glasgebäude kämmt der. Da, wo ich grad hingucke, eventuell? Weiß ich nicht, Alter. Kann sein. Ich hör, die Schritte habe aber woanders her. Ui, das wird jetzt richtig spannend, ey. Hm, wo ist der Wichser? Immer noch draußen. Ja, ja. Da, bei unserem Spawnpunkt ist der. Ähm, ich muss grad überlegen, wo der ist. Warte mal, wie komm ich denn am besten dahin? Gibt's hier irgendwie ne Zeit? Gibt's gar keine. Doch, da oben läuft ne Minute da oben. Der kommt jetzt rein, Mann. Sehr gut. Warum schleppst du die Geisel mit, Mann? Hast du nix zu tun? Ist doch gut. Guck mal hier, ich nehm die Geisel auch noch mit. Der ist beim Spawnpunkt wieder. Warum kann ich nicht mitnehmen? Hold E to pick up. Geht nicht, der ist tot, glaub ich. Oder verletzt oder so. Ich kann den auf jeden Fall nicht mitnehmen. Der wartet am Spawnpunkt, weil du die Geisel dahin bringen musst, schätze ich mal. Dann lauf ich mal dahin. Ist ja dann hier links. 40 Sekunden hab ich noch. Hm, der guckt genau auf die Glasscheibe. Ja, genau, genau. Ah, ich muss nachladen, du Hund. 20 Sekunden hab ich noch. Oh, oh. Der läuft immer noch. Oha, ich hab nur noch 10 Leben, Alter. Ich warte. Ja, dann gewinnen die Counters, oder nicht? Äh, die Terroristen. Nice, Junge, hast du das gesehen? Headshot, ey. Hahaha, wie geil, ey. Nice, ey, das ist ja richtig geil. So, das war richtig nice, Alter. Das hat Spaß gemacht. Okay. Neue Runde, neues Glück. Wie heißen die AK hier? Ach, hier, M4. M4, ja, die hab ich geholt. 3.100 hat die gekostet. Hä, wie komm ich nicht durch? Ach, das sind Scheiben. Die sieht man ja gar nicht. Was ist denn da los wieder? Wie hat er mich denn gekillt? What the fuck? Was hat der denn für eine Waffe? Scheiße, ich wollte nicht die Bank gehen. Ah. Ah, guck dir das an. Das war krass, ey. Terroristen. Terroristen, ey. Terroristen, ey. Ich würde niemals Terroristen wählen. Die sind mit den Rauchbomben und alles, ne? Ja. Diese Schweinepriester. So, wie viel Geld hab ich überhaupt? Ich hab nix mehr. Rifles. M4. Wie viel Geld hab ich denn? Wo steht das? 2.600. Guck mal. Ah, links steht das doch. Grenades, Flashbang, Smokegranate. Wie kann ich die auswählen? Das ist die andere Frage. Jetzt hab ich mir nur Sniper geholt. Wie blöd bin ich denn, Alter? Ja, auf der Map ist das natürlich nicht so ideal, sag ich mal. Oh fuck, wo hab ich denn die... Oh mein Gott, wer läuft denn mit mir da vor die Füße? Wie groß ist er? What the fuck? Nur, nur... Boah, der war nur Rauch, ey. Ich glaub, das war echt die, die er geschmissen hat. Nein, ich hab den nicht getroffen, diesen Bastard. Nein, das macht gar kein Bock, dieses Spiel, Alter. Ohne wird's voll behindert. Guck mal, der hat mich gekillt, der Sack, fast. Ne, der ist tot. Ah, ich hab's gesehen. Ich hab nur noch 24 Leben. Das ist Mist. Nein, da kam einer von rechts, oder was? Oder wo kam der her? Oh, Mist. Ich weiß, ich war ein Spiel. Schade. Passiert. So, was mich aber auch wieder das Spiel auf eine Idee bringt, wir könnten... Ah, nein, was hab ich mir gekauft? Nein, 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 Alter. Ich hab mir so ne dumme... Ah, so ne dumme Pumpgun geholt. Nein, Alter. Verdammt. Äh. So ein Mist. Wirklicher Mist. Ja, wir könnten eigentlich auch mal CS 1.6 aufnehmen. Da hätte ich noch mal Bock. Oh, Mann. Boah. Boah, die Schrotti. Was geht ab, ey? Nice. Warum kann ich die Waffe nicht aufnehmen? Ich würde die AK aufnehmen. What the fuck? Wer trifft mich da? Das kann doch nicht sein. Woher? Dieser Bastard. So ein Mist. Ich würde gerne die AK aufnehmen, aber es ging nicht. Ich hab nicht verstanden, warum ich die AK nicht aufnehmen kann. Guck mal hier. Jetzt hole ich mir eine vernünftige Waffe. Ich hab sechs Kills, vier Deaths. Äh, ist der läppsch. So, jetzt SMGs. MP7, nein. Da muss ich natürlich Rifles gehen. So, jetzt hab ich mal wieder... Farmer, ist auch richtig geil. Ja, kann schon sein. Hier oben links hoch am besten. Komm am besten mit. Wenn wir dann Grüppchen sind, dann ist es natürlich einfacher. Man kann auch nicht ranzoomen mit der rechten Maustaste, ne? Ne, ne. Boah, guck mal, hier ist nur Sp... Oh, wie hat er mich denn? Hä? Ach, das macht keinen Bock, Alter. Milus Z39, der ist ein richtiger Schieteil. Das ist ja krass. Guck mal, der gelbe labert da schon irgendeinem Scheiß. Irgendwas über dich gesagt oder so. Der kann er doch gerne machen. Wo steht das denn? Da unten links, Alter. Asni, Jürpik, Fergie, KI, keine Ahnung, was der schreibt. Member. Ne, der ist nicht bei uns, ne? Nein, Mann. Der ist Terrorist. Terrorist zwin. Terrorist zwin. Gar unter Terrorist zwin. Terrorist. Guck mal hier, oh Gott. Boah, was macht der denn da? Wie? Und eins gegen eins, krass. Quix Asghar, Alter. Was will der? Quix Asghar. Was schreiben die denn da? Du hast doch nur noch einen Terroristen, ne, zwei Terroristen, sondern auch über. Der ist drin. Ich konnte die Waffe nicht aufheben vorhin mit AK, die AK. Wie hebe ich den denn auf? Weiß ich doch nicht. Mann. Ich bin noch kein Pro in dem Spiel hier. Ja, normalerweise mit, keine Ahnung, F oder E oder so. Oh, guck mal, jetzt haben die gewonnen. Gar unter Terrorist zwin. Wir haben irgendwie nur Noobs im Team. Damit schließe ich uns irgendwie auch ein bisschen ein. Ist doch so. So, guck mal, ich habe 3100. Ich kann mir jetzt genau noch eine MP4 kaufen. Ich kann mir nur eine Diegel kaufen. Diegel? Oh Gott, da musst du warten, dass du vielleicht hoffst, dass die irgendwie eine Waffe fallen lassen. Na, oder ich lande in Headshot, ne? Oh Gott, hier ist nur... Da ist Katastrophe. Da ist wieder zu viel raus. Boah, Headshot gelandet direkt in den ersten Schuss. Nice, nice, nice. Wie hebe ich das auf? Ja, das weiß ich leider auch nicht. Hier ist nämlich auch noch eine AK. Aber ich habe keinen Plan, wie man die aufhebt. Das ist die Scheiße. Hast du die aufgehoben? Nein. Vorhin bin ich irgendwie, glaube ich, drüber gelaufen, da hatte ich die Waffe auf einmal. Dieser verdammte Noob-Camper. Geh da nicht lang, der campt da hinten, der Bastard. Wo denn, wo denn? Um die Ecke hier links. Bastard. Asgard. So, der soll sich nochmal zeigen. Ich bin nämlich genau hier. Boah, wie hat er das denn geschafft, der Bastard? Ich komme zu dem. Ah, du bist tot. Warte. Kein Bock mehr, Alter. Ich gehe vom Server. Nein. Schon wieder dieser Ger... Das ist immer derselbe, der mich killt, ey. Immer derselbe. Ich weiß nicht, wie man schreibt, Alter. Das ist ein Bild. C vielleicht. B. Boah, ich habe nicht mehr viel Geld. Pistols. Der sind Igel. Kostet ja nur 700. Das ist ja schädig. Nice. So. Ein, zwei Runden müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Where are you? Ah, hier bist du. Ich gehe mal vor. Schön schleichen. Nicht so schnell laufen. Einfach Shift-Taste drücken. Guck mal da. Jetzt versuch ich mir, dieser Milo. Guck mal, jetzt habe ich die Waffe, aber. Guck. Ja, ruhig. Boah. Ich will nicht mehr schießen, aber ich habe... WTF, Alter, schon wieder? Krass. Wie killt er mich immer? Immer mit Headshot. Ich glaube, der hat einen Sniper, Junge. Ich kann mir das nicht anders erklären, dass der da immer so da hängt. Hat der einen Sniper? Ich gucke mir das jetzt nochmal genauer an. Wo ist der denn? Der hat keine Sniper. Der hat nur so ein AK gehabt, aber irgendwie. Wie schafft er das dann da so gut zu zielen, ne? MVP in the Republic for most eliminations. So, Rifles. Nehmen wir nochmal die MP4. Kommen Sie mit, bitte. Kommen Sie mit. Hinter mir. Guck mal, die sind nur zu dritt. Ja, das ist noch schlimmer. Eben. Warte, hier macht zu viel Krach, ey. Man hört das voll, dass hier läuft. Guck mal. Ja, da hinten hängt es auf jeden Fall nicht. So. Okay, da ist niemand. Guck mal, der hat sogar... Der hat sogar eine Leiche da. Geh mal da ans Fenster. Ah, wollte gerade sagen, geh mal ans Fenster da links hoch und dann... Ne, komm, Alter. Ich gehe vom Server. Macht den Spaß, ey. Guck ich mal, ob ich den jetzt kriege. Ich gucke mir das nochmal an. What the fuck? Wie hat er mich getroffen? Das gibt es ja gar nicht. Das ist ja voll übertrieben. Cross. Cross, cross, cross. Eine Runde... Ey, wie hat er das geschafft? Ich habe ihn eigentlich kommen hören. B. Rifles. Oh Gott, ne Quatsch. Rifles. Pistols. Desert Eagle. Eine Runde muss ich auf jeden Fall noch zocken hier. Schauen wir mal. Die sind nur zu dritt. Wie kann das sein? Ja, dieser Gerard irgendwas. Der cheatet doch irgendwie. Das ist voll übertrieben, wie der abgeht. Richtig heftig irgendwie, finde ich. Der hängt immer an derselben Stelle und man kann den irgendwie nicht ausreuchern da, ne? Nice, jetzt habe ich schon mal einen Händischen Headshot verpasst, den Bastard. Nice, jetzt Waffe aufheben. Waffe aufheben vielleicht, Kollege. Nein, ich will die AK aufheben. Ich will die AK aufheben. Nein, ich kann die AK nicht aufheben. Das ist doch bitter, Leute. Oh, das funktioniert nicht, Mann. Jetzt habe ich irgendeine scheiß Waffe aufgehoben, oder was? Das spiele ich weiter mit der Desert Eagle. Ehe letzte Runde. Bis ich jetzt hier abkratze. Guck mal, die sind nur noch zu zweit. Das ist zwar echt mega unfair. Aber das soll nicht meine Sorge sein. Guck mal, da hat voll viel Rauch. Macht der da, der Wichser. Ich gucke mal oben durchs Fenster, vielleicht. Oh, Mann, Alter. Das hat geschürzt. Oh, guck mal, jetzt hat er den Sniper geholt. Dieser Wichser. Voll übertrieben, ey. Was soll das denn? Geil. Ja, Freunde. Wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Oder auch weniger. Dann hinterlasst einen Daumen. Schreibt einen Kommentar. Gebt dem Video einfach eine Bewertung. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Roblox. Bis zum nächsten Mal.